Moin und Herzlich Willkommen bei Blowtony TV. Ich wünsche euch viel Spass bei meinem Video. Ich wünsche euch viel Spass bei meinem Video. 01180 des Eisenbahnmuseums Nördling ist sicherlich eine der imposantesten Dampflokomotiven in Deutschland. Im Mai 1936 wurde sie an die damalige Deutsche Reichsbahn abgeliefert. Im Frühsommer des Jahres 1960 wurde sie im Avenid mit einem Neubaukessel versehen. Am 1. Oktober 2022 war die wuchtige Maschine noch einmal auf ihrer alten Stammstrecke von Nürnberg in Richtung Hof unterwegs. Dabei wurde auch das Deutsche Dampflokomotivmuseum in Neunmarkt-Wirsberg angefahren. Viel Fingerspitzengefühl ist vom Lokführer erforderlich, die lange Maschine auf die Segmentdrehscheibe zu fahren. Ok. Okay. Was willst du denn, Mändler? Ich bin der Chef. Ich muss den Obacht geben, dass ich hineinrenne. Zum offiziellen Fototermin an der Drehscheibe wäre es natürlich sehr schön gewesen, wenn auch die diensthabenden Mitarbeiter des DDM die Fotografen respektiert hätten. In der Drehscheibe Nach dem Drehen muss die Maschine im Kohlenhof des Museums restauriert werden. Das Nachladen mehrerer Tonnen Kohle mittels Kohlekran und Kohlenhund ist dabei eine sehr zeitaufwendige Angelegenheit. An den Muster gültig wieder aufgearbeiteten Behandlungsanlagen in Neuenmarkt-Wirsberg kommt es am 1. Oktober zur Begegnung zwischen der betriebsfähigen 01-180 und der 01-164, die im DDM als kaltes Ausstellungsstück zu bewundern ist. Mit 01-220 erinnert eine weitere Neukessel 01 in Treuchtlingen an die große Zeit der Dampflokomotiven. Im Umbau- oder Neubauprogramm der Jungen DB ging es natürlich auch darum, die Leistungsfähigkeit der Schnellzuchtdampflokomotiven zu steigern. Für die 01 wurde ein Neubaukessel vorgesehen. Dieser erhielt eine Verbrennungskammer und einen Einfachventil-Heißdampfregler. Untertitelung des ZDF, 2020 Weiterhin wurde die Speisung des Kessels von Folgenspeisepumpe und Oberflächenvorwärmer auf die Heinelpumpe mit Mischvorwärmer umgebaut. Diese Variante war wesentlich effektiver und schonender für den Lokomotivkessel, allerdings auch wartungsintensiver. Heute wirkt das Areal des Bahnhofs Neunberg-Wirsberg wie ausgestorben. In der letzten Fahrplanperiode fuhren nicht weniger als 32 dampfgespannte Schnell-, Eil- und auch Personenzüge durch den Bahnhof Neunberg-Wirsberg. Die Baureihen 01, 50 und aber auch schon die V100 teilten sich die Zugförderung. Zum 2. Juni 1973 war dann Schluss mit der Herrlichkeit. 01, 111 heute ebenfalls im DDM zu bewundern und 01, 173 bespannten einen BDF-Sonderzug zur Fahrt über die schiefen Ebene. Dampf ade. Begleiten wir die 01, 180 noch einmal auf der Fahrt über die schiefen Ebene. Natürlich bei echtem Abschiedsfahrtwetter. Ganz wichtig, nicht zu vergessen, ab jetzt tonvoll auf. Begleiten wir uns. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.